ich könnte natürlich einfach auf die 1 drucken aber es wäre viel zu kompliziert für mich cool hier ist so ein riesigeres was hier für ein höhlensystem ist genial da geht es wieder runter ja kohle holen das zeug auch noch tut mir leid aber wenn ich jetzt hier nichts finde an emeralds dann mache ich mir ein ich habe keinen bock jetzt die ganze zeit nur auf der suche nach emeralds zu sein was hoffe ich auch verständlich ist wenn nicht hört auf das ganze zu gucken und sucht euch irgendwas was anständig ist wohl ja es ist schon geil das ding leuchtet so 20 hier irgendwas schönes davon ist ein few stone aber sonst nichts zu sehen was wir gebrauchen könnten da ist ein skelett gespawnt da ist auch ein skelett gespawnt ne boah einfach mal wieder ja da ist jetzt nach hause und auf dem hinweg noch ein bisschen schlachten davon ist die spinne hallo schießt ihn ab ja und nochmal kommt vielleicht sollte ich wieder hallo hört ihr wohl auf mich zu schlagen ihr habt nicht das recht dazu die beste szene in dem film die adventures du hast nicht das recht dazu ich bin ein gott mir krieger gott wo Hulk den Loki einfach mal so durch die Gegend schleudert ich habe was schönes bekommen sehe ich gerade nämlich einen creeper kopf was macht das ding was macht fire resistance ja brauche ich jetzt gerade vielleicht explodiere ruhig aber nicht bei mir new home ich komme zu dir da bist du ja mein schönes haus haben wir vielleicht hier im berg ja super gerade bin ich fertig da läuft das ganze ding wieder an irgendwie emeralds kann ich das sehen ich fliege jetzt mal ein bisschen hier noch entlang guck mal ob es hier im berg emeralds gibt aber ich bin nicht besonders zuversichtlich ups ne schade boah ich bin es so gewöhnt einfach wenn man ein jetpack hat mit phantom hose anlauf zu nehmen und dann einfach mal so schnell zu sein was allerdings hier leider nicht funktioniert naja egal nein funktioniert es halt hier nicht was haben wir hier oh eine Höhle eine fette Höhle aber nicht mehr heute 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 ist für heute genug ja und ich habe mir überlegt also ich werde jetzt das natürlich jetzt inzwischen schon er mit der facecam habe ich es ja aufgenommen extra weil sie ja die 20. stunde ist die ich jetzt sozusagen spiele und die 100. Folge ähm ich habe mir überlegt das sind jetzt schon 100 Folgen das bedeutet das sind es ist ein drittel Jahr wo ich die Sachen online stelle ähm ja ich habe mir vielleicht ach komm das kann ich alles zu Kohlenlast verarbeiten überlegt dass ich ähm ähm die Projekte Metro Last ähm nicht Metro Last Light sondern Metro 2033 und Alice Madness Returns äh vielleicht zwischendurch noch äh freigebe denn das sind ich hoffe mal keine 60 bis 70 Stunden Projekte wobei ich mir bei Alice nicht wirklich ähm sicher bin ich weiß es nicht deshalb müssten wir einfach mal gucken und ich guck mal ob ich den Creeper Kopf geil ja ich bin Mr. Creeper ups ich bin hallo Mr. Creeper ich bin Mr. Creeper erkennen die Creeper mich nicht wenn ich den Kopf anziehe das wäre mal eine geile Frage auf jeden Fall kommt der Creeper Kopf da drauf was guckst du so überrascht hm ähm ja so na was machst du so das nützt ja gar nichts mehr wenn ich den wenn ich die Sachen jetzt schnell zu füllen chestplate oder so fällt mir gerade auf oh ne das nützt ja wirklich nichts mehr ja vielleicht sollte man mal mitdenken werden an das ganze Macht scheiße denn wenn man und schade das Ding ist nicht ganz voll egal denn wenn man ja nicht dieses Gravitationsuit anhat dann habe ich ja das das an dann kommt hier ein ähm Solar Helmet hin und hier ein Electric Jetpack und das war's ich sollte vielleicht mir auch einen Recycler machen und einen Juju Meta äh Fabrikanten denn das gibt auf jeden Fall mehr ja mehr Energie oder das bringt New New Meta ist äh super für Iridium und so einen Scheiß und für Emerald wäre das auch nicht so schlecht ähm äh äh Recycler nein nein UC ja Recycler ähm ja Kompressor plus Glowstone gut mache ich in der nächsten Folge wir sind jetzt auch schon durch glaube ich zumindest denn hier unten steht jetzt 59 Minuten ich kann jetzt natürlich den Heimer auf dem Handy nicht stellen da dann die Kamera ausfallen würde äh und äh Juju ah nein das heißt ja nicht Juju sondern das heißt ja hallo das heißt ja Mars äh Fabricator da wie teuer ist das denn das ist Leptron gut das geht ja noch Leptron Scheiße äh ja ich sehe gerade dass ich meine maximale Aufnahmezeit erreicht habe und damit äh das ganze weg ist egal ich guck noch hier rum Carbon Plate Advanced Alloy Alloy Zinn, Bronze, Iron gut also sowas mache ich dann auf jeden Fall noch mit das schreibe ich dann wahrscheinlich auch noch unten rein denn das würde sich lohnen Juju Meta für diese Power Arme Tinker Table und so weiter und ich werde die äh Gravitation ach wieso gucke ich jetzt eigentlich in die Kamera und ich werde eigentlich die ich werde die Gravitation Mod ähm wieder rein nehmen denn das lohnt sich ähm für mich jetzt eher als äh irgendwas anderes deshalb bis zum nächsten Mal dumm dass es jetzt nicht mit ganz geklappt hat aber äh ja haut rein